Hey Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin mal wieder auf einer Rennstrecke unterwegs und zwar bin ich am Bilsterberg. Den Bilsterberg kenne ich ja ganz gut. Heute haben wir nasse Verhältnisse, ja okay, aber ich bin nicht alleine. Denn ich habe mir jemanden dazu geholt, der ist glaube ich Laie auf einer Rennstrecke, oder Johannes? Ja, so Laie. Den Kollegen kennt ihr vielleicht auch, Johannes Schlerp von 5,6. Ich glaube der ein oder andere, der Mercedes-Fan ist, der kennt das Format. Wir haben schon mal was zusammen gemacht, das ist nämlich ein Portimao zusammen unterwegs gewesen. E 63 S war ein großes Vergnügen, müsst ihr euch das Video unbedingt angucken. Gibt es ja auch von dir ein Video. Richtig, genau, verlinken wir auch hier oben auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung. Da war es aber wärmer und da war schöneres Wetter. Und trockener. Und trockener. Heute haben wir uns eine Gefährt rausgesucht. Du hast dir gedacht, Mensch, E 63 S kenne ich. Ja, komm, wir machen mal was Richtiges. AMG GTR. Green Hell Magno. Und warte auf, der Ablauf, den Ablauf her, wenn wir das jetzt so machen, ich fahre vorne weg und du folgst mir einfach. Wir haben lasse Bedingungen, das heißt also, wir müssen so ein bisschen vorsichtiger machen. Erstmal der Räder auf Temperatur bringen, die Reifen. Ja. Und dann steigen wir das Tempo. Wir sind mit der Funk verbunden, das heißt also, ich werde dir ein bisschen was erzählen. Okay. Und du fährst mir einfach hinterher und testest das Ganze aus. Super, cool. Ich bin gespannt. Das ist mein Auto, du überholst mich gleich. Ich überhole dich gleich und dann geht's los. Perfekt, dann bis gleich. So, Johannes, du wirst jetzt dein blaues Wunder erleben. Und dann rollen wir einfach mal los. Also, dann geht's raus hier aus der Buchsenkasse. Wir haben hier 585 PS. Der stärkste AMG GT, den wir in der Palette haben. Und dann kannst du immer schön an mir dranbleiben, genau wie du es machst. Das ist perfekt. Du merkst schon, da musst du ein bisschen was machen am Lenkrad. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr auf einer Rennstrecke unterwegs seid und ihr habt solche Mischverhältnisse, dann solltet ihr immer aufpassen, dass ihr euch langsam rantastet. Ihr seht es jetzt, hier im AMG GTR ist ja eine Art Rennauto. Ich taste mich langsam ans Limit ran und versuche das Tempo weiter zu steigern, um da einfach ein Gefühl zu kriegen, wann ist das Limit überschritten. Jetzt zum Beispiel. Ihr habt ja gemerkt, ich muss ja leicht gegenlenken, weil ich einfach am Limit, über dem Limit drüber war. So Leute, wir, würde ich sagen, machen mal die Ausdruckglappen auf, oder? Ach, dieses Blubbern, man runterschallt, beziehungsweise man kenne vom Gas weg, das ist Backfire. Kinder, ganz wichtig, immer beide Hände ans Lenkrad, somit habt ihr die beste Kontrolle über das Lenkrad und vor allem über das Auto. Wenn nämlich genau sowas passiert, übersteuern, Hinterachse rutscht weg, könnt ihr das Auto schön wieder abfahren. Du hast noch ein geiles Feature im Auto und das heißt Fraktionskontrolle. Wenn du im Race-Modus zum Beispiel bist und das ESP komplett abschaltest, als Beispiel nur als Empfehlung, dann bist du wirklich komplett im Race-Modus. Dann hast du ein Rennauto hier draus gebaut, denn da geht die Traktionskontrolle an, die du wiederum in neun Stufen unterstellen kannst. Das ist natürlich ziemlich geil, weil da kannst du wirklich genau für dich einstellen, wie du rausbeschleunigen willst aus der Kurve. Also von Auto hält mich komplett fest bis zu Auto dreht sich fast weg. Also da kannst du wirklich jede einzelne Stufe einstellen, um die optimalen Clip-Verhältnisse herauszufinden. Der Johannes schlägt sich nicht schlecht dahin. Dann fahren wir mal zurück in die Boxengasse und schauen mal, ob es dem Johannes noch gut geht. Eine kleine Überraschung habe ich ja noch für ihn. Schauen wir mal, wie es dem Johannes geht. Alter, Vater. Alles gut bei dir? Hammer, der Hammer. Ich konnte dich teilweise gar nicht verstehen, aber es ist mega mäßig, wirklich. Also es ist wirklich eine Achterbahn. Es ging in den Magen und du hast gemerkt, ich bin noch ein paar Mal ausgebrochen. Ja, ich habe es auch gesagt, ich habe es vorne auch gesagt, also weil du, man hat gesehen, du hast dich immer weiter herangetastet, dann zimmelt. Genauso wie es sein sollte. Und klar bricht das Auto mal aus, weil wir haben einfach ganz schwierige Verhältnisse. Aber du siehst auch, wie ich, ja, es wird noch extra schwierig für dich. Aber du siehst halt auch, das Auto vermittelt dir einfach auch irgendwann Sicherheit und dann tastest du dich immer weiter ran. Jetzt gucken wir mal hier. Aber die Räder sind sogar noch leicht kalt. Also das ist, so richtig Temperatur ist noch nicht drin und es ging trotzdem was voran. Vor allem ist der super ausbalanziert. Ich meine, ich bin ein Laie, ich kenne die Strecke nicht, ja. Und der ist so neutral und man kann den so leicht steuern. Kinder, das ist wie ein Computer spielen. Ja, richtig. Aber wenn man will, natürlich, ich bin jetzt auf Sport Plus gefahren, wenn man will, Race Mode, was nicht zu empfehlen ist, wenn man Anfänger ist, dann ist das natürlich ein Tier. Dann steht er wahrscheinlich dauernd quer. Ja, er steht quer, wobei der Race Modus und der S Plus Modus, die sind relativ eng beieinander. Das sind so kleine Feinheiten, die einfach nochmal für die Rennstrecke sind. Aber wenn du natürlich zum Beispiel das ESP komplett abschaltest und dann die Traktionskontrolle einschaltest, dann ist es natürlich immer was ganz anderes. Das musst du mir mal zeigen, dann machen wir mal eine Taxifahrt. Dann steige ich mal was hierzu. Jetzt nimmt er mir meine Überraschung weg. Ich wollte nämlich gerade sagen, komm, soll ich dir mal zeigen, wie was geht? Super geil. Also ich bin gespannt. Ich muss aber wahrscheinlich vorher nochmal gucken, dass ich was trinke oder so. Super. Wollen wir doch mal sehen, wie der Johannes sich gleich schlägt, ob die Farbe im Gesicht bleibt. Und sagen wir mal eine Taxirunde machen. Noch hat er Farbe im Gesicht. Ja, grün. Wie das Auto. Passend zum Auto. Mein Gesicht. Okay, geht los. Mal gucken, wie lange ihr das sehen wollt. Ich halte mich schon fest. Also, auf geht's. Ich schalte jetzt mal das ESP komplett ab. Das heißt, ich halte den ESP-Taster ganz lange gedrückt. Circa drei Sekunden. Und dann sieht man, hier leuchtet es jetzt schon. Mittelstufe. Das heißt also, jetzt habe ich die mittlere Stufe eingeschaltet von der Traktionskontrolle. Was bedeutet aber Traktionskontrolle? Ich mache die erste Runde mal easy. Was bedeutet Traktionskontrolle? Traktionskontrolle heißt, die seitliche Stabilisierung ist jetzt weg. Ich habe kein ESP mehr. Aber die Traktion, das heißt die Geradeausbeschleunigung, die ist noch da. Und die kann ich mir jetzt dann in ein paar Stufen einstellen. So, bringt mal ein bisschen Temperatur um Reifen, würde ich sagen, oder? Wahnsinn! Wenn man sieht, also ich muss wirklich erstmal Temperatur in den Reifen reinbringen, weil das Auto, ich meine 585 PS, das muss erstmal auf die Straße bringen. Wir müssen vorsichtig machen, solche Wellen, da bricht das Auto schnell mal aus. Das ist wie im Europa-Fahren. Ja, das ist die neue Achterbahn hier am Bilsterberg. Ja, aber wirklich. Das muss ich mir vorstellen, im dritten Gang, voll ausgedreht, da drehen noch die Hinterräder durch. So, anbremsen. So, das war die erste Runde zum Warmfahren. Das war das Warmfahren jetzt. Das sieht man mal sehr schön, wenn die Traktionskontrolle arbeitet, dann fängt es an zu blinken. Können wir jetzt gleich beobachten. So, anbremsen, erste Kurve. Und Achtung, wenn wir jetzt hier gleich ans Gas gehen, dann fängt es an zu blinken. Hier unten. Da blinkt. Krass! Da wissen wir, Traktionskontrolle ist am Arbeiten. Da wissen wir auch, es ist glatt draußen. Ja, also im Regen fahren, ist es echt für den Fahrer, auch als Profi, ist es echt schwer zu arbeiten, weil du viel mehr lenken musst. Man sieht auch, wie ich wirklich die ganze Zeit nur am Lenken bin. Und deswegen rutscht das Auto einfach. Verbindung, Reifen und Straße. Hammer! Millimeterarbeit, saugut! Selbst auf der Graden gibt es hier keine Ruhe, oder? Mit hoch, runter. Was ich mache, ist, guck mal, ich fahre jetzt ein bisschen weiter außen hier. Eigentlich ist die Jahrlinie weiter innen. Guck mal, was ich da für einen Grip habe. Wir sehen uns mal eben, sie hat mit 140 durch die Kurve gefahren. Hat es dir gefallen? Top! Also, das ist Wahnsinn. Und ich bin nicht grün. Nein, du hast wieder Farbe gekriegt. Du hast wieder Farbe ins Gesicht gekriegt. Mega, Hammer. Geil. Geil, vielen Dank. Geil, richtig cool. Geil, geil, geil. Jetzt sind wir gerade aus dem Auto raus. Und was ist besser, Coaching oder die Taxi-Runde? Also, es ist beides geil, aber Coaching macht definitiv mehr Sinn. Dann kriegt man auch weniger Angst beim Taxifahren, weil es ist der Hammer. Also, man muss erst mal die Strecke überhaupt kennenlernen. Und Coaching kann ich nur jedem empfehlen. Also, das sagst du, das ist schon cool. Sonst musst du dich ja zurecht durchstehen selber irgendwo, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen, du musst ja erst mal die Angst des Beifahrers verlieren. Normalerweise Beifahrer sind immer viel ängstlicher als der Fahrer. Und wenn du aber erst mal mit dem Coaching, Lead & Follow nennt ihr das ja, erst mal gelernt habt, dann wirklich das Auto selber zu lenken, so in der Ideallinie des Instruktors zu fahren, ist viel besser, als wenn du Beifahrer bist, weil der Beifahrer weiß, der kann es nicht so genau abschätzen. Aber ich hoffe, der hat trotzdem die Taxifahrunde ein bisschen gefallen. Ein bisschen ist gut, mein lieber Scholli. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also, ihr seht, mit einem geilen Auto, einer geilen Rennstrecke, einen coolen Typ am Fahrer- oder Beifahrersitz hat man richtig Spaß. Also, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Sonst gibt es einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir. Sehr gut.